Come on guys, let's win this. SchülerVZ? Leider pleite gegangen, ich hatte da 200.000 Follower. War meine Haupteinnahme, keine SchülerVZ. Hab da mal Leute zu Farmerama eingeladen und dann hab ich für jedes Weizen, was gefarmt wurde, 0,09 Cent gekommen, weißt du? Ich hab mir den ersten Lambo finanziert. Dann bin ich in Dropshipping-Business eingestiegen. Hab Lam-Haut-Kondome vertickt, auf traditioneller mittelalterlicher Basis. Warum bin ich tot? Ich war selten so tot, heilige Scheiße. Was hab ich gerade für ne Scheiße gelabert, Digga? Boah, ich sag, actually, Diddlemo ist sehr cool. Ich hatte früher auch so Diddle-Papier. Das hat sogar manchmal nach irgendwas gerochen und dann hat man das so getauscht. Aber das waren so Grundschul-Vibes. Was ist denn Diddle-Papier? Ein Diddle-Papier war so Papier mit Mustern und so Mäusen drauf und so verschiedenen Farben. Und das hat manchmal nach was gerochen und so, das konntest du so sammeln. Das war ein bisschen... Also es ist schwierig, das heute Leuten zu tagen zu erklären. Das war bisschen Oldschool, weißt du? Ich würd sagen, Diddle war das frühere Hello Kitty vom Ding her, oder? Weil es gab so dieses Papier, es gab aber auch so Stofftiere, glaub ich und sowas. Ich hatte so einen fetten Diddle-Ordner von meinem Bruder damals. Ich glaub, der hat damals seine Grundschul-Girls gerisst. Und dann hab ich später auch die Grundschul-Girls damit gerisst, weißt du? Das war so ein Familien-Heritage-Crazy-Diddle-Ordner, um die Mädels zu beeindrucken. Irgendwo auf der Reise hab ich den Riss auf der Strecke gelassen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin der Beste, ich bin der Beste, Chat. Let's fucking go. Die Klo von denen war Cluedes, ne? Habt ihr's gesehen? So crazy. Rech, nein, Chat. Rech? Hypetrain kommt! Diddlemaus, danke für den Gift-Zap. Bro, was zur Hölle? Was passiert hier gerade, Mann? Uns geht's Gucci im Endeffekt. Solange das Paper reinkommt... Digga, was? You ready, guys? One, two. They're blind, they're blind. Ah, Sage ist ... Triple. Triple, triple, triple. Meine Mates holen die Runde jetzt. Da tue ich nichts mehr nach. Chat, weil ihr so am Supporten seid, haben meine Mates einfach aimen. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy, bro. What the fuck? Einfach die klatschen, die scheiß Bonus-Runde, Mann. Nice. Oh mein Gott. GG, guys. Match-MVP-Uprank in Emo 2. No way. There we are, man. Match-MVP, TMVP, Match-MVP. Mal so aufhören, wenn's am schönsten ist, oder? Aber andererseits will ich auch weiter queuen, weil es läuft ja. Ich glaube, wir machen noch eins. Eigentlich, wir müssen noch eins machen. Der Support aktuell ist crazy. Wir müssen noch eins machen. Was haben wir für eine Comp eigentlich? Unsere Comp geht klar. Ihren Comp. Ah, ist gekocht. Okay, okay, okay. Die haben Double-Controller mit Deadlock. Kein Initiator. Wir starten Attack. Okay, bin mal gespannt. Ja, oha, wir sind auf einer 9er-Win-Streak. What the fuck? 9er müsste das sein, ne? Hab ich heute Morgen 4 Games gewonnen? Ja, ja, doch. Vier Wins heute Morgen. Game takes back Gecko. Oh, mein Gecko hat keine Ohren. Uh, das wird ein schweres Chat. Jetzt werd ich getestet. Riot Games testet mich. Ich glaub, das wird ein schweres. Hier redet keiner. Alter. One back set. Ah, ich hab keinen Voice Chat. Das ist Voice Chat-Bug. Muss gleich Voice Chat einmal aktivieren und deaktivieren. Kurz Dingens. Voice Chat-Bugs fixen. Can you hear me? Hello? Ah, nice. Oh, I had Voice Chat-Bugs. Yeah, you guys too? Oh mein Gott, bitte lass mich weg hier. Okay. Oh, was? Oh, nice Project. Oh, nice Project. Oh, das ist eigentlich ein sehr guter Tag für Valorant, hab ich das Gefühl. Ja. Drop in a smoke. Ich sitze es einfach aus Chat. And team. Bro, I swear I thought they will not check me if I don't make noise, you know? Das war genius. Ich hab zusammengefasst. Und kann seine Sachen von 1-Wersachen auch noch nicht kennst. Nice shot. You look close. That one tap was... I know he was rough, so then I thought maybe he's swinging, you know? Yeah, you're making me excited. Hey, bro. Keep it in your pants, man. Keep it in your pants. Oh no, I always play naked. Sorry. Unlucky, bro. Unlucky. We focus better. I get that, bro. I get that. It's like more like air, you know? Sorry, Geku. Sorry, bro. Sorry, sorry, sorry. Nice. Si, si, si. Nice. No, fuck me, bro. That was such a nice try. Oh, was? Nah, that was... I trolled for peaking rafters. Ich hätte hinter die grüne Box gehen sollen. Ich war gar nicht... Wait, one is in spawn. What? You guys... Nice run. I think they stack, bro. Oh. No, one is flanked. My ult is ready. One enemy remaining. Last guy was flanked. He's coming late. What the fuck? No. Are you smoking, bro? Are you smoking? No, he destroyed my trap. Okay, okay. Okay, okay. Good night. What the fuck? 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 I can't see you, bro. What the fuck? One enemy remaining. One enemy remaining. No team. What if C? Dropping smokes. Nice bro. Bro, you just smoked him up. Oh, okay, Immo ist doch noch deutlich besser, als ich auf Platin gewohnt bin, das sind in der Welten krass. Dankeschön. One more, one more, Rafters. Left, left to you. Tape einen Sheriff? Ich habe einen Sheriff. Das war sketchy, bro. GG's Chat. Das ist crazy. Die Lobbies sind so Ascended-lastig noch. Oh man, aber hier sind so immer Zweier drin, einfach ohne Sinn. Aber ja, wir grinden, Chat, wir grinden. Das ist der Tracker. Wir haben aktuell, aktuell, aktuell. 40 Stunden genau auf Clove, ja. 75 Matches, 60% Winrate, 1,2. 0.05 WAKD, 171 ADR, 260 ACS. Halt echt mit Abstand die besten Stats eigentlich, ne? Vom Agent her.